Wir wollen jetzt sprechen über zwei Torjäger. Leverkusen und Leipzig sind die Vereine, wo wir sie verorten. Es geht um Csik und Silva und wollen doch am Anfang mal kurz auf die aktuelle Torjägerliste in der ersten Bundesliga schauen, damit man so ein bisschen das Gesamtpaket sieht. Ja, Lewandowski, wer hätte das gedacht, schickt sich gerade wieder an, irgendwo so zumindest Richtung 40 Toren zu tendieren. Dann Csik mit tollen 17, Haaland, Modest, Gnabry, Silva kommt dann auf Platz 8 mit sieben Toren. Ja, sprechen wir zuerst über Csik, Herr Reif. Der war, gehörte Rom, war dann mal an Leipzig ausgeliehen für ein Jahr, bevor Leverkusen zugeschlagen hat, im Sommer 20. Rund 25 Millionen wurden bezahlt und der kommt jetzt richtig ins Rollen. Ja, der ist ja nicht neu auf der Bühne, der ist ja auch keine 18 mehr, aber der hatte immer, so hatte der. Europameisterschaft, erinnern wir uns, macht irre Tore, ist Stammspiel, Nationalmannschaft, macht Riesenspiele. Bei Rom gab es mal so, dann gab es mal das. Bei Leipzig, ja, du dachtest, ja, aber hat er auch nicht alles abgerufen. Jetzt klickt es irgendwie, die Völler war von dem, der hat da sehr gedrängt, den zu holen, das weiß ich bei Leverkusen. Und weil er gesagt hat, der kann alles, der kann Fußball spielen und das hilft uns, weil wir sind nicht einer, die nur auf wir bei uns kontern wollen wir nicht nur, sondern mit dem kannst du alles machen und er macht die Tore. Also, das ist ein gesuchter Spieler, wenn er das abruft, was er kann und das macht er zurzeit und der ist für Leverkusen eine Versicherung im Moment gerade. Wenn man erfolgreiche Stürme in der Bundesliga hat, kommt immer irgendwann die Frage, wäre das auch einer für Bayern? Unabhängig davon, wie es mit Lewandowski weitergeht, von seiner Qualität, hat er auch das Zeug zum Bayern-Stammspieler oder wäre er klassisch einer, der ab und zu mal dazu stößt? Ja, aber als Nummer 1 dann, also ohne Lewandowski oder sonst brauchen wir nicht weiterreden. Ich glaube ja, ich glaube, dass er einer, nochmal, wenn er das abruft, was er kann, nachhaltig, dann ist er einer, mit dem du Fußball spielen kannst. Haaland zum Beispiel, da frage ich mich, ob das bei Bayern funktionieren würde, wenn du immer auf eine Abwehr zuwählst. Mit ihm kannst du viele Dinge machen. Wenn du ihn beobachtest in meinem Spiel, der hält lange Bälle fest, festhalten, meine Schwiegermutter sagt, wie dürfen die Bälle festhalten jetzt, macht Bälle fest. Solange sie nicht Box sagen, ist alles okay. Genau, der macht Bälle in der Box fest und ist aber auch dann wieder ein typischer Daseiner. Also wenn da irgendwo was abprallt, ist der da. Also der hat ein großes Spektrum, ja, das wäre einer, den könnten Bayern genauso brauchen. Der Schick hat getroffen jetzt beim 2-2 gegen Union. Leverkusen ist da vorne auch in diesem Kampf um die Champions-League-Plätze mit drin. Wir haben gesehen demnächst auch das Spiel gegen Dortmund. Ja, bei Silva, der in Frankfurt großartig aufgetrumpft hat und dann mit entsprechenden Erwartungen natürlich in Leipzig gelandet war, hat jetzt zwei Tore erzielt beim 4-1 gegen Mainz. Und sein Trainer Tedesco hat ihn hinterher eingeordnet. Ja, wir erwarten wie von jedem Spieler, dass er arbeitet. Und Tore, die kommen dann oder eben nicht. Aber ein Stürmer, ja, ich weiß, der wird an Toren gemessen, aber eben nicht von uns. Es wäre zu einfach. Er hat heute viele Bälle festgemacht, hat, auch wenn er angespielt wurde, war er ein guter Wandspieler. Ja, er hat mit zwei, drei Kontakten Bälle festgemacht, hat die Mannschaft nachrücken lassen. Er hat gut gepresst, wie in der Elfmetersituation und in der Situation zur roten Karte. Und er hat natürlich auch gute Mitspieler, die ihn heute ja auch sehr gut bedient haben. Ich glaube, Christo kam rein, hat drei Assists gegeben. Also es ist ja nicht immer nur der wichtig, der Tore macht. Mich freut es natürlich für André. Ja, fünf Tore in den letzten sechs Spielen von Silva, nachdem das ein sehr holpriger Beginn war. Passt er möglicherweise zu Tedesco besser als vorher zu Marge? Oder ist das eine Eingewöhnungsphase, die viele Spieler brauchen, bevor sie bei einem neuen Verein dann so richtig zünden? Ja, naja, Tedesco ist ja nicht auf dem Platz. Aber er lässt etwas spielen, was mehr zu Silva passt. Er kam von Frankfurt, da gab es Kostic, Flanke, Silva. Kopf, Fuß, egal was. Das war ein relativ simples Ding, aber war sehr schwer zu verteidigen. Und dann geht er nach Leipzig und die spielen plötzlich ganz anders Fußball. Und er hat das Gefühl, der weiß gar nicht, wo er hier gelandet ist. Verloren auf dem Platz. Hohe Bälle kamen nicht. Andere Bälle kamen, die er so nicht kannte. Ich glaube, dass er selber auch einen Schritt jetzt gibt. Und das war wichtig, dass er selber auch sagt. Pass auf, wenn ich nur sage, er holt halt Kostic und haut mir die Dinger wieder rein, dann wäre es schiefgegangen. Da hätte er auch an Tedesco nicht alleine helfen können. Aber sie spielen jetzt einen etwas anderen Fußball als beim Marsch. Und er selber, glaube ich, hat auch einen Schritt jetzt zugemacht. Das sagt ja Tedesco auch verklausuliert. Wir brauchen Spieler, die arbeiten. Also nur sagen, mein Name ist Silva, man hat mich hier geholt, um Tore zu machen. Reichen Sie mir das Bällchen. Sondern da muss man auch Dinge sicher erarbeiten. Und das macht er jetzt. Dass der was kann und dass das ein richtig guter Torjäger ist und sein kann, das ist nicht neu. Aber das passt ja von Anfang an irgendwie nicht in Leipzig. Jetzt ruckeln sie sich zusammen. Silva und Schick, ist das so die Ebene für Sie unter Haarland und Lewandowski? Fällt da auch ein Modest rein von der Qualität? Ach, Modest ist so ein Sonderfamil. Modest ist so das Gefühl, so wie Streich nur nach Freiburg passt, passt Modest nur nach Köln. Und da muss alles so funktionieren. Das ist ein Stimmungsspieler. Aber natürlich ist das ein Ochse, der, wenn der seine Wucht einbringen kann, weil es im Kopf funktioniert. Ich glaube, der hat ja mehr gegen sich selber gespielt als gegen Gegenspieler. Und jetzt mit dem Trainer funktioniert das alles so. Aber ja, Modest ist ein eigener Fall. Aber so Schick und Silva, das sind die unter Lewandowski und Haarland. Weil wir gerade auch über Lewandowski gesprochen haben und der ja wieder auf Platz 1 der Torjägerliste steht, ist jetzt bekannt geworden, bei der FIFA-Wahl zum Weltfußballer sind die Top 3 Salah von Liverpool, Messi und Lewandowski. Glauben Sie, dass er da das Ding bekommt, unser Robert? Ich gebe ihn mittlerweile auf, weil ich die Kriterien nicht mehr nachvollziehen kann. Wenn es darum geht, was er in der letzten Saison gespielt hat und dieses Jahr, also das Kalenderjahr, letzte Kalenderjahr, dann muss er es eigentlich kriegen. Salah ist im Moment wirklich in einer Überform und Messi ist halt Messi. Und wenn all den Kollegen, die da wieder wählen, nichts Besseres einfällt, dann wird es wieder Messi. Aber normal wäre es Lewandowski, ja. Wir werden das in Kürze erfahren. Die FIFA-Wahl zum Weltfußballer steht in wenigen Wochen an.